Mein Name ist Frau Jahnke und ich bin die Erste heute, also sagen wir mal, ich bin jetzt die, also das heute Abend ist der erste Abend des Comedy Arts Festival, August 2014 und jetzt ist das Wetter so geil, dass man eigentlich gar nicht in die Halle müsste, also obwohl das ist natürlich super, die Halle macht einen sehr guten Eindruck und ich bin sehr gespannt und es ist voll und es wird hoffentlich ein toller Abend und ich freue mich sehr, Dankeschön.